Hallo! Mein Name ist Anna und heute erzähle ich Ihnen alles, was Sie über Prima wissen müssen, bevor Sie das Produkt kaufen. Ich habe auch einige wirklich wichtige Warnungen, um deine Gesundheit zu schützen, also pass gut auf, was ich dir bis zum Ende des Videos zu sagen habe. Das Erste, was Sie über Prima wissen müssen, ist, seien Sie vorsichtig mit der Website, auf der Sie es kaufen werden, denn Prima wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Leider gibt es aufgrund des großen Erfolges viele Leute, die es auf nicht offiziellen Webseiten verkaufen, und wenn man diese Produkte kauft, erhält man nicht das originale Prima, so dass es der Gesundheit schaden kann und keine Ergebnisse bringt, also sei vorsichtig damit. Um Ihnen zu helfen, habe ich unten in der Beschreibung dieses Videos den Link zur offiziellen Website angegeben, auf der Sie Prima mit einem Sonderrabatt kaufen können, also schauen Sie auf jeden Fall dort vorbei, wenn Sie das Video zu Ende gesehen haben. Sie fragen sich vielleicht, was Prima ist und ob es tatsächlich funktioniert. Und die Antwort lautet, ja, Prima funktioniert. Nach vielen Labortests haben die Forscher eine 100% natürliche Formel mit konzentrierten, hochwertigen Inhaltsstoffen entwickelt, die ihren Körper bei jeder Diät unterstützt. Die kombinierte Zufuhr der enthaltenen Wirkstoffe ist aufgrund ihrer synergistischen Wirkung besonders effektiv. Sie sollten wissen, dass Prima von einem Team von Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt wurde, um der stark gestiegenen Nachfrage nach der Behandlung von Menschen mit Übergewicht zu Hause gerecht zu werden. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit ist die Anwendung von Prima ohne Rezept möglich. Ihr wissenschaftliches Beratungsteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie also damit kämpfen, Gewicht zu verlieren, ist Prima genau das Richtige für Sie. Also ja, Sie können diesem Produkt vertrauen, es gibt Tausende von Menschen, die mit Prima großartige Ergebnisse erzielt haben, und auch Sie können Ergebnisse erzielen. Sie müssen jedoch bedenken, dass jeder Körper auf eine einzigartige Weise reagiert. Das ist ein bisschen offensichtlich, ich weiß, aber ich sage Ihnen das, damit Sie Ihre Behandlung und Ihre Erwartungen realistisch einschätzen können. Es gibt noch etwas sehr Wichtiges über dieses Produkt, das Sie wissen müssen, bevor Sie es kaufen, damit Prima wirkt, müssen Sie es ernst nehmen. Sie müssen eine Kapsel pro Tag einnehmen, 15 bis 30 Minuten vor der größten Mahlzeit des Tages. Damit Prima seine volle Wirkung entfalten kann, wird empfohlen, es mindestens drei bis sechs Monate lang einzunehmen, damit Ihr Körper genügend Zeit hat, all die kraftvollen Nährstoffe, die in dieser Formel stecken, aufzunehmen und zu verarbeiten. Deshalb wollte ich dieses Video aufnehmen, um Ihnen zu sagen, dass Sie vorsichtig sein sollen mit der Website, von der Sie Prima kaufen werden, und auch, wenn Sie das Produkt kaufen, die genaue Behandlung durchführen, nehmen Sie es ernst. Denkt daran, dass sich Eure Ergebnisse von denen anderer Personen unterscheiden werden, da Euer Körper auf eine ganz eigene Art und Weise funktioniert, aber ich empfehle Euch wirklich, die Behandlung mindestens drei Monate lang durchzuführen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe wirklich, dass dieses Video Euch geholfen hat und wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr sie in einem Kommentar hinterlassen und ich werde Euch gerne helfen. Wenn Sie Prima mit einem speziellen Rabatt kaufen wollen, werde ich den offiziellen Website-Link unten lassen, wie ich schon sagte. Viel Glück mit Ihrer Behandlung und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.